Heute geht es um Design Systems. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Tutorial. Heute geht es mal wieder ein bisschen mehr in die Richtung Design. Und zwar werden wir ein sogenanntes Design System entwerfen. Ich werde mal kurz erklären, worauf es dabei ankommt, was es eigentlich ist und wie man das Ganze mit Adobe XD umsetzt. Es ist nämlich eine wirklich praktische Methode, in die Zukunft zu gehen und neue Websites, neue Applikationen zu entwerfen. Das Ganze, wie gesagt, ist ziemlich einfach eigentlich, wenn man das Konzept einmal verstanden hat. Und wir werden es gleich anhand eines kleinen Beispiels mal durchexerzieren, mehr oder weniger. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder andere Vorgehensweisen, die ihr der Community teilen möchtet, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord. Da könnt ihr bei der Community joinen, Fragen beantworten, selbst Fragen stellen und einfach mal Hallo sagen. Ja, ansonsten legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So los geht's mit dem heutigen Video. Das Erste, was wir machen müssen, ist klarzustellen, was ein Design System eigentlich ist, bevor wir ein solches anlegen oder benutzen können. Grundsätzlich beschreibt ein Design System die Idee, bestimmte Attribute eines Designs, eines Interfaces beispielsweise, zu gliedern, zu definieren und so ein Grundgerüst bereitzustellen. Das Ganze umfasst solche Werte wie beispielsweise Typeface, Baseunit, Color, Iconface und so weiter. Da sind noch viel mehr Variablen, die wirklich definiert werden können, um ein einheitliches Design zu erstellen. Allerdings ist in den letzten Jahren in immer aufkommenden, immer komplexer werdenden Interfaces und immer größeren Anforderungen an ein Interface-Design diese Theorie etwas in die Jahre gekommen und wurde durch eine weitere Theorie erweitert. Und zwar entsteht das durch die Problematik, we are not designing pages, we are designing system of components. Was heißt, man geht davon aus, dass man nicht mehr wirklich finale Pages designt, als Usability Designer beispielsweise, sondern davon ausgeht, dass man nur noch kleine Atome designt, die dann später beliebig zusammengesteckt werden können, um verschiedenen Devices, verschiedenen Bildschirmauflösungen, verschiedenen Endgeräten, verschiedenen kompletten Medien beispielsweise, im Desktop, Handy, Smart TV und so weiter genutzt werden können. Und deswegen kam die Idee des sogenannten Atomic Designs auf. Aber da stellt sich jetzt auch wieder die Frage, was ist eigentlich Atomic Design? Grundsätzlich ist Atomic Design the methodology for creating design systems. Was heißt, es ist mehr oder weniger die Methode, die hinter einem Design System steht oder stehen könnte. Das ist alles eine Möglichkeit vorzugehen, es ist kein Gesetz, so vorzugehen. Grundsätzlich beschreibt diese Methodik, dass man davon ausgeht, man hat verschiedene Stufen der Komplexität in einem Interface. Beispielsweise haben wir ein Atom. Ein Atom ist mehr oder weniger ein einzelner Button, zum Beispiel. Was heißt, er hat keinerlei Aussagekraft, kann allein auch relativ wenig machen. Allerdings ist er das Grundgerüst für viele weitere Objekte, beispielsweise für sogenannte Moleküle. Moleküle wären eine Verbindung von mehreren Atomen. Was heißt, wenn wir davon ausgehen, wir haben ein Input-Feld, also beispielsweise ein Suchfeld, brauchen wir auch einen Submit-Button, um zu suchen, beispielsweise so ein kleines Icon mit einer Lupe, wo wir draufdrücken können. Das zusammen wäre ein Molekül. Es ist eine Verbindung von mehreren Atomen. Allerdings hat es immer noch keiner der Aussagekraft für die wirkliche User Experience. Also nur ein Suchfeld mit einer Lupe werden wir auf keiner Seite finden können. Das nächste, was wir haben, wenn wir mehrere Moleküle zusammenschließen, haben wir sogenannte Organismen oder auch Komponenten. Komponenten sind komplexe Interface-Objekte, die allerdings auch noch keinen finalen Mehrwert für das spätere Interface haben. Wenn wir hier beispielsweise Instagram hinzuziehen, können wir jetzt sagen, okay, jeder Instagram-Post hat eine kleine Kopfzeile, in der ein kleines Menü ist, da ist ein Icon, wo wir den Nutzer, das Profil sehen und den Namen des Nutzers. Das hilft uns noch nicht viel. Allerdings ist es ein komplexeres Konstrukt, außer nur ein einfaches Suchfeld. Das nächste, was wir haben, sind Templates. Templates bestehen aus ganz vielen Organismen und sind beispielsweise ein Instagram-Post. Was heißt, beim Instagram-Post haben wir einmal ganz oben halt diesen Header, in der Mitte haben wir das Bild, darunter haben wir so eine kleine Interaktionsleiste, die Kommentare und Templates ist eine Eigenschaft, die wir auf unterschiedlichsten Pages, das ist der letzte Stand, finden können. Was heißt, ein Instagram-Post, ein Template, finden wir einmal auf der Profilseite, wenn wir uns die Bilder angucken, finden wir in unserem Newsfeed, wenn wir runterscrollen, finden wir, wenn wir auf ein Bild draufklicken, was heißt, wir finden auf unterschiedlichen Pages immer wieder dieselben Templates. Und so können wir ein Design runterbrechen auf einzelne Bestandteile, um möglichst flexibel gestalten zu können. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ja und wie hilft mir das? Irgendwie ist das jetzt ein schönes Konzept, aber so richtigen Sinn daraus sehe ich noch nicht. Und das werden wir jetzt mit Adobe XD umsetzen. Was heißt, wir werden uns jetzt hinsetzen und wirklich einfach mal Instagram nehmen und Instagram ganz rudimentär runterbrechen auf ein Atomic Design bzw. auf ein Design System. So und los geht's mit dem eigentlichen Video. Wie ihr seht, seht ihr hier einen Screenshot von Instagram. Diesen werde ich jetzt nutzen, um exemplarisch zu zeigen, worauf es ankommt, wenn wir ein Design System bzw. ein Atomic Design erstellen. Grundsätzlich habe ich das Ganze komplett durchgezogen als finales Design jetzt für diesen einen Screen. Wer die Adobe XD dazu haben möchte, unten in der Videobeschreibung ist Patreon. Dort könnt ihr draufklicken, dort ist die Datei verlinkt. Ansonsten, ja, legen wir jetzt mal los und zählen das ein bisschen. Als erstes haben wir diese ganze Seite hier. Ups. Diese ganze Seite, also dieses gesamte Objekt, das ist unsere Page. Das heißt, wie vorhin gesagt, besteht eine Page aus unterschiedlich kleinen Templates, die zusammengesteckt werden zu einer Seite. Unser erstes Template ist dieser Bereich hier oben, wo im Prinzip unser iOS-Header ist. Dann hier drunter haben wir unseren Instagram-Header. Das ist wieder eine in sich geschlossene Komponente, ein in sich geschlossenes Template. Dann haben wir hier diesen Bereich mit, okay, wir haben jetzt hier unseren, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Story-Bereich, wo einfach unsere Abonnenten, denen wir folgen, die Storys verlinkt werden. Dann haben wir hier eine große Komponente und zwar ein Post. Das heißt, ein Post ist ein riesengroßes Template, was aus unterschiedlich kleinen Organismen besteht. Beispielsweise hier oben ist ein Organismus, ist das der Kopf. Dann haben wir hier einen größeren Organismus, das ist unser Bild. Hier unten haben wir wieder einen kleinen Organismus, das ist unsere Interaktionszeile. Dann haben wir hier so einen kleinen Bereich mit Beschreibung und anderen Gedöns, Kommentare und so weiter. Und hier unten haben wir natürlich wieder eine Fußzeile und diesen exemplarischen iOS-Swipe-Befehlsding. Was heißt, das ist jetzt, das sind unsere unterschiedlichen Komponenten, die wir haben. Und unser, so kann man das zerlegen. Wir können jetzt aber noch weitergehen. Was heißt, hier drin, das ist ein Organismus. Es besteht aus mehreren Molekülen. Wir haben hier nämlich genau ein Molekül und ein Atom. Was heißt, wir haben jetzt hier an der Seite beispielsweise einen Bereich, wo unser User-Profil vorgestellt wird. Was heißt, wir haben unser Icon, unseren Namen, das sind zwei kleine Atomen, die zusammen ein Molekül bilden. Und wir haben hier auf der anderen Seite drei kleine Punkte. Das sieht jetzt unscheinbar aus, aber dahinter versteckt sich ein Menü, wie man weiß. Was heißt, wir haben daraus auch mehrere Elemente, die zusammen ein Molekül ergeben. Was heißt, wir haben jetzt hier theoretisch wieder zwei kleine Moleküle und so weiter. So kann man im Prinzip immer weiter vorgehen. Hier unten beispielsweise haben wir auch wieder, das hier zusammen ist beispielsweise ein Molekül. Diese vier Buttons ist ein Molekül, weil das aus mehreren einzelnen kleinen Elementen besteht. Das hier drüben ist wieder ein Molekül, beziehungsweise ein einzelnes Atom. Das hier oben ist auch wieder ähnlich. Was heißt, ich habe hier ein Molekül, weil es aus einem Bild und einer Schrift besteht. Ich habe hier wieder ein Bild, eine Schrift, das ist auch wieder ein Molekül. Und so kann man das immer weiter runterbrechen. Das Ganze lösche ich jetzt einfach mal hier raus und wir werden jetzt, wie gesagt, exemplarisch mal diesen Bereich hier oben nachbauen. Alles andere findet ihr, wie gesagt, in der Datei. Dazu gehe ich jetzt mal hier rein und ziehe mir dieses Feld auch so, dass es wirklich passt. Mach das Ganze mal ein bisschen transparent. Schiebe das hier oben hin, guck, dass es ungefähr von der Größe passt. Zack, habe jetzt hier meine kleinen Hintergrundfläche bereitgestellt. Zack, und kann jetzt hingehen, okay, wir nehmen jetzt mal unseren Color Picker und färben das auch so ein, wie es sein soll. Dann haben wir hier eine Schrift. Was heißt, wir erstellen jetzt für uns auch eine Schrift, nämlich auch mal 11.11 Uhr. Und sagen jetzt hier, das ist ein bisschen groß. Was heißt, wir machen das ein bisschen kleiner, ziehen das hier rüber, dass es so ungefähr passt. Wie gesagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt ein finales Konzept machen, machen das Ganze schwarz, ziehen das mal hier hoch. Okay, wir haben das Ganze relativ okay nachgebaut. Ein bisschen dicker müssen wir es machen. Aber vielleicht noch ein bisschen, nehmen wir mal Bold. Und hier haben wir ein kleines Icon und ziehen das hier rüber, zack, 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 machen das Ganze rund, machen auch die Spitzen rund und machen das Ganze ebenfalls schwarz. Aber was habe ich jetzt hier genau gemacht? Ich habe ein Icon erstellt und eine Schrift erstellt. Grundsätzlich sollte man jetzt beachten, das sind zwei einzelne kleine Atome in einem Interface-Konzept und die zusammen ergeben ein Molekül. Was heißt, dieses Element, dieses Atom sozusagen, wird sich wiederholen. Diese Schrift benutze ich vielleicht an anderen Stellen nochmal. Deswegen speichere ich das jetzt ab und nenne diese Zeichenkomponente jetzt einfach iOS Header Font. Dasselbe gilt auch für dieses Icon hier. Das benutze ich vielleicht an anderen Stellen noch einmal, drücke deswegen STRG-K und speichere es mir unten als Komponente ab und sage hier Icon Arrow. So, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, diese beiden Elemente einfach zu benutzen. Wichtig ist, wir löschen jetzt diese beiden Elemente, beziehungsweise dieses Icon hier raus, weil wie ihr hier oben seht, ist das das Master Element. Das wollen wir nicht, sondern wir fügen jetzt hier eine Kopie ein unseres Master Elements und können die jetzt einfach mal hier oben hinziehen. Das ziehen wir jetzt ebenfalls hier hin. So, komm, mach, setz dich richtig hin. Das Ganze markieren wir, machen das zusammen als ein Element, ziehen das hier so ein bisschen rein und mit dem Hintergrund zusammen zentrieren das Ganze und haben jetzt hier schon mal ein bisschen was nachgebaut. Hier, wie ihr seht, haben wir noch andere Icons, die ich jetzt ebenfalls gleich nachbauen werde, allerdings vorneweg eine kleine Information zu Icons. Und zwar haben wir hier unser Arrow. Das ist wie gesagt nicht mehr die Master Komponente, weil ich sehr gerne hingehe und sage, okay, ich habe jetzt hier ein Icon, eine neue Zeichenfläche. Das nenne ich Icon Arrow und erschaffe mir jetzt hier die Primärkomponente und ziehe die jetzt hier rein. Das Ganze mache ich jetzt transparent und habe jetzt hier unser Icon als kleine SVG-Grafik, wo ich später sagen kann, okay, ich möchte gerne diese Grafik hier für Export markieren. Was heißt, wenn wir das Ganze markieren, wird diese Master Komponente explizit als einzelne SVG-Datei abgespeichert und wir können sie später in der Entwicklung einfach hinzufügen. Was heißt, ich mache das eigentlich grundsätzlich für jedes einzelne Icon, dass ich mir eine eigene Zeichenfläche mit der Primärkomponente anlege. Wie gesagt, diese drei Icons ignoriere ich jetzt einfach mal im finalen Angular, beziehungsweise Angular, sag ich schon, im finalen Adobe XD-File in Patron ist es natürlich verlinkt. Jetzt gehen wir mal hier weiter und zwar haben wir ja diesen Bereich hier oben. Ich füge jetzt einfach mal drei kleine Platzhalter ein für diese Icons. Das ist jetzt einfach mal ein schwarzes, so haben wir einfach mal so ein Feld hier. Das ist jetzt hier drüben, sind das unsere drei kleinen Icons, die hier noch fehlen, die man jetzt theoretisch erstellen müsste. Wie gesagt, ist jetzt nur ein kleines Tutorial, werden wir jetzt nicht direkt brauchen. Wie gesagt, in der finalen Adobe XD-Datei sind die vorhanden. Zusammen, diese beiden Elemente zusammen, können wir jetzt schön zentrieren, gruppieren das Ganze, markieren uns auch die Hintergrundfläche und drücken STRG K und haben jetzt hier eine Komponente. Und die nennen wir Template und nennen die jetzt einfach iOS Header. Und das ist ein Template. Wie ihr vorhin festgestellt habt, besteht es aus mehreren Molekülen, nämlich einmal D-Molekül hier und D-Molekül hier. Was heißt, wir können das Ganze jetzt überall verwenden und daraus unsere Seiten machen. Aber wie ihr auch seht, haben wir hier oben wieder dieses kleine Viereck, was heißt, es ist unsere Primärkomponente und das wollen wir nicht. Was heißt, genauso wie bei den Icons gehe ich jetzt hin und sage, ich würde gerne hier drum eine Zeichenfläche zeichnen und sage, Template iOS Header. Das heißt, ich habe hier wieder eine eigene Zeichenfläche mit der Primärkomponente und wenn ich jetzt hingehen würde und mir ein neues Profil, also beispielsweise, ich sage jetzt hier Instagram Profile, also eine neue komplette Page erstellen will, dann könnte ich hingehen und sagen, ich möchte jetzt einfach nur meine Page-Komponente hier reinziehen und habe die einfach zack hier drin, kann dann hier oben explizit in einem Bereich die Sektion beändern. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, das hier muss ein Stück weiter rüber, dann seht ihr schon, es verändert sich hier unten auch und das Ganze funktioniert wunderbar. Das Schöne ist, so hat man einfach ein bisschen mehr Struktur, wenn man später in einem Bereich seiner Adobe XD-Datei alle Icons aufführt, in einem anderen Bereich alle Templates, alle einzelnen Moleküle, einzelnen Organismen und so weiter, wenn man das einfach immer weiter zerschachtelt, sodass man später eine Übersichtsfläche hat, wo die ganzen Sachen hinterlegt sind und sich dann einfach in einer anderen Fläche wunderbar hier einfach alles zusammenziehen kann. Wir gehen jetzt mal weiter und fügen unsere nächste Komponente hinzu. Und zwar sagen wir jetzt, okay, wir würden jetzt gerne auch noch hier unseren Instagram-Header erstellen, was heißt, das Ganze lösche ich mal raus, füge ich hier wieder die Hintergrundfarbe hinzu und habe jetzt hier wieder ein Icon, was heißt, das ist dasselbe Spiel wie davor auch. Das heißt, ich habe jetzt hier unterschiedliche Icons, kann die kopieren, kann die hier überall wieder einfügen, habe hier in der Mitte ein großes Logo, kann das dann hier auch theoretisch einfach wieder so markieren und habe so auch wieder eine komplette Komponente zusammengebaut. Was heißt, man zerlegt das wieder in drei einzelne Icons, was heißt, das ist ein Icon, das ist ein Icon, das ist zusammen ein Molekül, das hier ist einzeln, das ist halt nur ein einfaches Icon, ist kein komplettes Molekül, das hier auch nicht, das zusammen allerdings wieder ist wieder ein komplettes Template. Und so geht man immer weiter vor und zerlegt dein komplettes Interface in immer kleinere Komponenten, sodass es wirklich später ein finales Konzept ergibt, was stimmig ist und was vor allem extrem flexibel einsetzbar wird. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, wie immer, unten in der Videobeschreibung Twitter, Facebook, Instagram, schreibt einfach, sagt hallo. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen wollt, findet ihr dort auch einen Link zu Patreon oder Amazon Affiliate, wo ihr im Prinzip einfach diesen Channel etwas supporten könnt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao!